Oh ja, jetzt steht der Punkt. Die Wagner Magic V Baitcast Routenserie ist konzipiert für alle Arten der Vertikalfischung. Die einteilige 1,95 Meter lange Routen ist ideal für den Einsatz vom Boot, Bellyboot oder Kajak. Der Plank wurde mit einer kratzfesten Catfish Camuskin Lackierung designt. Die Besonderheit dieser Routen ist die 12 plus 1 Fuji Elconite Spiralberingung. Durch den Fuji PSD Triggergriff liegt die Routen wie ein verlängerter Arm in der Hand. Durch die Griff- und Ringbesonderheiten der Routen ist sie perfekt für den Einsatz mit kleinen Multi- oder Baitcast Rollen geeignet. Die Wagner Magic V Baitcast Routenserie ist in vier verschiedenen Testkurvenausführungen erhältlich. Mit den vier verschiedenen Versionen wurde die Angelei vom Stillgewässer bis zum großen Fluss abgedeckt. Und somit ist auch für dich eine Routen dabei. Geht das so ab? Ja, es geht ab. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt haben wir die Strömung. Jetzt zieht er voll nach oben. Oder hängt er im Holz, Patrick? Das kann halt nicht sein. Hängt im Holz, gell? Ja. Warte, ich mach den Motor an. Hängt im Holz, gell? Ich will auch. Aber den kriegt man. Von oben ein bisschen anfahren. Ich will erstmal die Schnur locker aufholen, über das Hotel ist drüber fahren. Und dann fühlt sich's, ich glaube, es fühlt sich gut an. Ja, ja, er ist frei. Er ist frei. Ist frei? Ja, er ist frei. Da haben wir Glück gehabt. Aber muss man auch immer ein bisschen coolen Kopf bewahren. Lass ich ihn aber nimmer runter. Bulle! Ja, sieht gut aus. Wir hangen kurz im Holz fest. Aber coolen Kopf bewahren. Überlegen, wie der da in das Hindernis reinkommen konnte. Und dann haben wir ihn wieder frei bekommen. Und jetzt hat er eigentlich verloren, weil wir sind hier im Freiwasser. Gut, oh ja, jetzt steht er. Ja, jetzt steht er. Jetzt hat er's kapiert. Oh. 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 Oh, ich bin...